Oh mei, jetzt hat es wieder an der Wuschen. Grüß euch von deinem gerechten Innsbruck. Ja, die Strafzettel, natürlich, die werden auch gekaut haben bei den Kurzparkzonen. Also ist aber heute in der Zeitung gestanden, vielleicht haben es viele schon gelesen. Der Stadtmagistrat hat bei Lenkerhebungen falsche Formulierungen verwendet. Was heißt das im Klarex? Das heißt praktisch, dass dieser Satz falsch gestellt war und deswegen kann Gültigkeit gehabt hat bei Lenkerhebungen. Und das unserer Recherche nach seit mittlerweile eineinhalb Jahren. Das heißt, das Amt hat im Wissen, offensichtlich im Wissen, dass das falsch tituliert ist, das weiterhin ausgesandt. Wir haben dann eine Beschwerde gemacht. Könnt ihr euch anschauen. Ganz eine banale. Und dann gesagt, also mit dieser Lenkerhebung war nicht rechtens. Und dann haben wir retour bekommen, dass unsere Argumentation richtig ist. Die Strafe ist gestrichen und sie geben zu, sie haben das falsch gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, haben wir Glück gehabt. Nein, aber es geht darum, dass in dieser Zeit wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausende Lenkerhebungen falsch ausgegangen sind. Und die Leute nachher da quasi zur Kasse gebeten worden sind, obwohl sie es eigentlich nicht zahlen hätten müssen. Wir werden auf alle Fälle, das können wir auch versprechen, so wie wir gesagt haben, wir setzen uns für die Bürger ein. Wir werden eine Anfrage stellen beim nächsten Gemeinderat, wie viele da Betroffene waren und wie sich die Stadt Innsbruck vorstellt, denen das Geld zurückzugeben oder eben nicht. Weil wir sind der Meinung, wenn sie schon so genau seien. Ich bin das letzte Mal gestraft worden in der Keisjägerstraße um 20.59 Uhr, weil ich nur bis 58 in Zettel reingehabe. Wenn sie schon so genau seien, dann müssen sie bei sich selbst auch genau sein. Also, liebe Bürger, wir werden auf alle Fälle für euch in den Ring steigen und werden versuchen, dass den Personen, die Unrecht bezahlt haben müssen, das Geld refundiert wird. Weil für das sind wir gewählt worden. In diesem Sinne macht es gut. Wir sind guter Hoffnung. Servus Innsbruck und Servus Tirol.